Ich hab was ich vorhin gerade gehört habe, da so die anderen beiden Idioten, fand ich halt gar nicht so gut, Gott sei Dank steht die Polizei auf meiner Seite, ne? Ja, wie soll ich jetzt die Polizei anfunken, wenn ich jetzt die Polizei reinsteige, dass ich da doch, was ist der Einderscheiß? Ich kann halt nicht funken, ähm, ist die Polizei denn noch wach? Funkst den Chief privat? Ich hör dich immer nicht, du bist so abgehakt mit deinem Internet, wirklich. Ich weiß. Ähm, ist denn noch jemand wach? Ja, der Chief halt. Keine Ahnung, mach's per Brieftaube. Ich muss eh wie lange nicht hören, wenn ich. Ja, ja. Warte auch jetzt. Ja, du kannst halt den Chief privat schreiben, das war halt die einzige Möglichkeit, das. Oder ich schreibe in dem, in dem Polizeifannel. Aber ich, ähm, benötige unbedingt, äh, Polizei, wie auch immer. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Antworte mir. Ja, ich hab' Schiss, dass er die Waffe versteckt. Na, ich glaub's in Chief privat, wie gesagt. Na ja, das Ding ist, wisst ihr, was ich, also ganz, ganz kurz mal OCR, hörst du mir zu? Ja. Was ich halt, ähm, bemängle, und deswegen hab' ich ja schon ganz doof nachgefragt bei dem, ähm, Ohne. Diese ganzen Channel, die da sind, sind alle IC-Channel, ja? Der hat dir jetzt geschrieben und dir die Waffe angeboten. Normalerweise gehst du zur Polizei, trägst das an, ja? Aber eigentlich, ähm, sagt die Polizei ja, okay, gib mir einen Beweis. Dann sagst du, okay, hier, guck mal, ich hab' ne Nachricht von dem. Ja, ja, das ist eigentlich auch beschissen, das haben wir grad auch überlegt. Wenn wir richtig, wenn wir richtig, wenn wir richtig RP spielen, ist das gar kein Beweis, das ist einfach Meta. Ja, aber irgendwie in diesem, diesem Server, warum auch immer, sind alle außer diese Laberecke oder Labertisch oder wie auch immer, was es sich nennt, alles IC-Channels. Ja, weil das Anfunk-Channels sind, damit du die Leute anfunken kannst, rein, so quasi. Naja, aber man könnte das aber auch anders machen, aber ist okay. Ähm, also eigentlich würd ich gerne zur Polizei fahren und da, aber ich weiß nicht, ob da einer hockt, das ist ja das Problem. Und der Chief müsste eigentlich oben sein, am Autospawn. Funk doch, funkt doch mal die Ärztin an. Frag' eh nach ihr Mann, ist doch ihr zukünftiger. Die ist, glaub' ich, schon scharfer. Ne, Cricket ist, glaub' ich, noch online. Ne. Sie ist noch online. Ja, wie soll ich sie jetzt anfunken, jetzt wieder per Handy oder was? Ja, in dem Ärztes Channel oder so. Oder wir fahren runter zur Praxis. Ja, oder sie ist noch, also ne, die war ja vorhin auch beim Handler, ne. Ja, glaub' ich dann kurz, oder? Ich hab' den Chief halt angefunkt, aber es juckt ihn halt nicht. Ach, wenn's geht, ich würd nochmal 20 Schuss, äh, Shotgun Munizierung kaufen. Äh, ja. Sagst du genau, wenn ich die Tür zumache. Andere Seite musst du rein. Ja. Welche ist die Shotgun Munizierung? Hm, ne, die, äh, Slugs. Oder, wie heißen die, oder die Bug- oder- Obst du wieder Gummi Slugs haben? Nein, nein, oder Bugshots. Bugshots. Slugs hab' ich noch. Hm, Gott, wie viel brauch's? Ja, 20 Bugshots. Ja, gut, ich muss ihn holen. Ich weg mich nicht. Oh, ein süßen Teddy war das grad. Versteckt sich schon fett im Teddy. Ich hab' ne, ich hab' nur ein halbes Fron gegessen lassen. Geht mir. Ja. Was willst du? Gummi Slugsuit. Bugshots. Bugshots.